Horn Immobilien, Ihr Familienmakler Direkt an der B198 von Woldeck nach Neustrelitz, am Rande des Naturparks Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, steht diese Doppelhaushälfte zum Verkauf. Die zweite Doppelhaushälfte und das Grundstück sind ebenfalls zu erwerben. Auf Wunsch können auch beide Hälften gekauft werden. Im Erdgeschoss dieser Haushälfte befinden sich die Veranda, der Flur, das Wohnzimmer mit Terrassenausgang, ein Bad, die Küche mit Kamin und das Schlafzimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Dachgeschoss findet man ein weiteres Zimmer und viel Platz als Aufwand. Das Haus ist zum Teil unterkellert. Auf dem Grundstück befindet sich noch eine Garage mit kleiner Werkstatt als Nebengebäude. Das 2748 Quadratmeter große Grundstück eignet sich auch sehr gut zur Kleintierhaltung. Nach Neubrandenburg sind es ca. 25 und nach Neustrelitz etwa 20 Kilometer. Leben am Rande des Naturparks Feldberger Seenlandschaft. Und denken Sie daran, Sie kaufen nicht nur ein Haus. Sie kaufen den schönsten Platz der Welt. Ihr Zuhause. Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien. Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Dermin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Öcker-Rando. Häuser sind nicht weit draussen, Träume stehen nicht im Stau. Wieder kommen zu Ihnen, Videomakler-Tippa. Wir bringen Immobilien nach Hause. Wir bringen Immobilien, Dermin, 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 Dermin.